Hallo, hallo. Na, wo sind wir denn hier? Wir sind im Elipamanoke und wie es schon fast jedes Jahr Tradition ist, wird dieses Jahr die Weihnachtsfeier wieder im Elipamanoke stattfinden und ich bin wieder Techniker. Ja, dieses Jahr bin ich hoffentlich besser vorbereitet. Nein, aber zum weihnachtlichen Tübe-Erlebnis so viel soweit. Ich hoffe, ihr feiert auch Weihnachten und Weihnachtsfeiern und habt ein bisschen Spaß daran. Habt ihr jetzt alles schon schön geschmückt? Da. Und habt Spaß. Jetzt kommt gleich jemand raus. Er schäme mich so für ungefragte Videoaufnahmen. Guckt mal da, schön. Ohne Weihnachtsfeiern, kein Weihnachten. Also feiert Weihnachtsfeiern. Tschüss. Wunderbar. Und die Bühe ist aufgebaut. Das wichtigste Element ist der Weihnachtsbaum, der schön beleuchtet. Hier werden dann die Leute schön sprechen. Sprechen. La la la. Deshalb hör mal die Ermutrufe. Wenn ihr zum Weihnachtsfeiern fliegen könnt, geht zum Weihnachtsfeiern. Genießt Weihnachten. Kommt ganz runter. Schiebt den Stress beiseite. Und genießt wirklich Weihnachten. Sinnliche Zeit oder die Studenten bleiben einfach mal gerade. Oder andere Leute. So, ansonsten auf 3.